Musik Man kauft nie nur einen Schuh, man kauft immer den Schuh mit Reise. Man kann die Schuhe ein Jahr getragen und die Sohle langsam durchgelaufen ist, schickt man die Schuhe ein, wir reparieren die, tauschen die Sohlen komplett aus, weil wir Originalmaterial haben. Die Schuhe gehen wieder zurück zum Kunden und sind bereit für die nächste Saison. Musik Fair, weil wir hier die Arbeitsstandards einhalten und das natürlich auch die zugelieferten Materialien nach den Regeln der Europäischen Union gefertigt wurden. Das heißt keine Kinderarbeit, Einhaltung der Arbeitsschutzstandards und natürlich auch eine vernünftige, faire Entlohnung. Und hier arbeiten wir sogar übertariflich. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020